Das habe ich auch schon öfters gelesen und gehört, aber ich will kein Ferenc Puskas sein, ich will Dominik Sobosleu sein. Wenn zum Beispiel wie ich als Kind war, für mich war ich ein Vorbild Ferenc Puskas, aber ich will auch ein Vorbild sein für jetzige Kinder, die in Ungarn anfangen zu Fußball spielen oder spielen schon Fußball.